Börse gegen Wirtschaft oder Wirtschaft gegen Börse. Nun, vergangene Woche hat eine Prognose der Unternehmensberater von McKinsey die verheerenden wirtschaftlichen Folgen letztlich für unser Land im Rahmen der Pandemie dargestellt. Demnach werden wir erst wieder 2028 auf unser Wachstumsniveau, ja, vor dieser Pandemie mehr oder weniger herankommen, so die Prognose. Doch trotz dieser katastrophalen Aussichten zeigt die Tendenz der Aktienkurse Schritt für Schritt wieder nach oben. Interessant. Warum es trotz des beispiellosen Absturzes infolge letztendlich der Pandemie wieder zu einem gewissen Erholung gekommen ist und damit den neuesten wirtschaftlichen Prognosen getrotzt wurde, darüber sprechen wir jetzt mal in diesem Video. Und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Klaus Roppel, Vermögensaufbau und Vermögensschutz, ja, gerade auch in der Zeit, ist bedeutsam, bleibt bedeutsam. Nun, Fakt ist, dass uns der aktuelle Wirtschaftseinbruch noch über Jahre hinweg, auf Deutsch gesagt, beschäftigen wird. Die Nachwehen sind stark. Alleine die letzte Aprilwoche hat im Vergleich zum Vorjahreswert in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt um rund 25% nachgegeben. Das entspricht übrigens einem Rückgang von satten 15 Milliarden Euro pro Woche. Dass diese Krise damit in puncto Dimension der Finanzkrise von 2008 bzw. 2009 davon schnellt, ist wohl jedem klar mittlerweile. Hauptursache ist natürlich in erster Linie der flächendeckende Rückgang der Nachfrage. Allein die Autoindustrie sowie der Maschinen- und Anlagebau verzeichnen ein Minus von 4 Milliarden Euro. Aber auch gerade der Großhandel oder vor allen Dingen auch die Hotel- und Gastronomiebranche haben ganz erhebliche finanzielle Einbußen wie die Reisebranche und die Flugbranche. Und die wohl schnellste staatlichen Finanzspritzen in der jetzigen Form zum Teil, ja, auf Deutsch gesagt, dringend benötigen. Benötigen. Das machen auch die neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit deutlich. Mehr als 10 Millionen Beschäftigte in rund 750.000 Betrieben sind von Kurzarbeit betroffen. Was umgerechnet siebenmal mehr als auf dem Höhepunkt eigentlich der Finanzkrise 2008-2009 der Fall war. Und damit ist das Problem ja nicht wirklich aus der Welt geschafft. Denn zum einen müssen die Unternehmen das Kurzarbeitergeld im Voraus zahlen und anschließend erst zurückfordern. Und zum anderen stellt sich die Frage, was eigentlich passiert, wenn die Betroffenen wieder, auf Deutsch gesagt, arbeiten gehen können. Denn die Umsätze vielerunternehmen werden erst einmal ausbleiben, sodass viele Unternehmer zur Rettung der eigenen Existenz natürlich auch Beschäftigte womöglich entlassen müssen. Und das natürlich auch leider tun werden. Im Zuge dessen haben wir auch eine Umfrage hier mal auf YouTube ins Leben gerufen, um mal eure Sichtweise mit aufzunehmen. Und wie ihr sehen könnt, denkt die Mehrheit von euch, dass uns die Krise noch über die nächsten 10 Jahre nach unserer Umfrage zumindest begleiten wird. Doch losgelöst von diesen Hiobsbotschaften haben sich im Rahmen unseres kostenlosen Erstgesprächs sehr, sehr viele Menschen in den letzten Wochen bei uns gemeldet, die nun natürlich auch nach interessanten Investments Ausschau halten, aber zusätzlich das eigene Vermögen natürlich vor den staatlichen und finanzpolitischen Eingriffen, die möglicherweise beschworstehen, schützen wollen. In diesem Zusammenhang bekommt mein Experten-Team und ich häufig auch die Frage gestellt, wie es eigentlich sein kann, dass die Wirtschaft zurzeit mehr oder weniger den Bach runtergeht in vielen Bereichen, aber die Kurse an der Börse eigentlich langsam wieder steigen. Und eben jene interessante Phänomen möchte ich hiermit einfach mal drauf eingehen. Denn wir alle können uns noch gut an die Zeit zwischen Mitte Februar und Mitte März zurückerinnern, an diesen Jahres, wo der DAX so schnell wie niemals zuvor knapp 39 Prozentpunkte verloren hatte. Doch nur wenige Wochen später steht er zur Aufnahme dieses Videos schon wieder bei knapp 10.400 Punkten. Allein diese Entwicklung zeigt, wie sehr sich die Realwirtschaft und die Börsen schon voneinander entkuppelt haben. Dennoch könnte man meinen, dass die derzeitige Unsicherheit in Form von fehlenden Umsatz- und Gewinnausblicken eigentlich das pure Gift mehr oder weniger doch für die Aktienmärkte wäre. Und auch die schon mehrfach auf diesem Kanal stark angesprochene Staatsverschuldung sowie die fehlende europäische Schuldensolidarität könnten ja eigentlich dazu führen, dass die Kurse weiter eher auf Talfahrt setzen statt nach oben gehen. Doch leider falsch gedacht. Oder Gott sei Dank falsch gesagt. Je nachdem aus welcher Sichtweise. Denn es scheint so, dass die Börsen sich von den schrecklichen Wirtschaftsnachrichten nicht mehr so stark, auf Deutsch gesagt, beeindrucken lassen oder beeinflussen lassen. Außerdem schauen viele Anleger auf die weltweit gewaltigen Fiskalprogramme in Höhe von zweistelligen Billionenbeträgen. Und zwar in der Hoffnung, dass sich diese Zeit verzögert in steigenden Unternehmensumsätzen und Gewinnen ja auch Widerspiegel. Denn man muss sich in Tagen wie diesem Jahr auf der Suche nach Alternativen angesichts der Nullzinspolitik schon gewaltig ansprengen. Natürlich gelten vordergründig die Edelmetalle als sicherer Hafen für Anleger, zumindest für viele. Dennoch wäre es falsch, ausnahmslos, meiner Meinung ganz klar, alles nur auf diese Karte der Edelmetalle zu setzen. Vielmehr können auch die Aktienmärkte langfristig betrachtet weiterhin sehr, sehr interessant bleiben. Fakt ist aber auch, dass ein zweiter Lockdown natürlich auch die Aktienbörsen mal zwischendurch nicht verschonen würde. Und auch die Annahme, dass der Staat zum Schutz systemrelevanter Unternehmen in die Wirtschaft einsteigt, gibt dem einen oder anderen doch etwas natürlich zu denken übrig. Denn die Frage, ob der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, lassen sich angesichts der jahrelangen fehlenden Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit eigentlich doch relativ leicht beantworten. Da könnte die Option der Staatswirtschaft meiner Meinung nach für eine nachhaltige Wirtschaftskraft unseres Landes und die damit verbundenen Aktienmärkte auch einen schweren Schlag bedeuten. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass in erster Linie vor allem immer wahlpopulistische Ziele verformt wurden. So sollte bei einem möglichen Einstieg, beispielsweise bei der Lufthansa, auch immer das Beispiel der italienischen Fluggesellschaft Alitalia erwähnt werden. Wo am Ende des Tages die einflussreiche Politik zu verheerenden Folgen leider geführt hat. Sollte ein solcher Schritt angesichts der Schwere der jetzigen Situation dennoch unausweichlich sein, muss es klare Regelungen und natürlich auch Abmachungen letztendlich geben. So könnte der Staat beispielsweise mit Vorzugsaktien einsteigen, sich anschließend zurückziehen und bei entsprechender Erholung eine höhere Dividende natürlich auch gerne dann vereinnahmen. Außerdem wäre dann der gewinnbringende Verkauf der Beteiligung der Lohn dieser sogenannten Hilfsmaßnahmen oder Rettungsmaßnahmen. Dass sich dieses Vorhaben in der Theorie aber immer ganz gut zunächst mal anhört, scheint für viele wahrscheinlich auch einleuchtend. Dennoch sieht es in der Praxis dann oftmals allerdings ganz anders aus. Denn wer Gelder frei macht, will natürlich auch ein Stück weit die jeweiligen Rahmenbedingungen auf deutsch gesagt mitorganisiert wissen oder mitbestimmen. Doch freie Aktienmärkte brauchen meiner Meinung nach eine freiheitliche Gesellschaftsordnung. Und sollte diese nicht gegeben sein, dann haben auch Aktienmärkte weiterhin ja gute Chancen, ihre grundsätzliche Stabilität auf deutsch gesagt beizubehalten. Es sei an dieser Stelle aber auch nochmals erwähnt, dass die anhaltenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Konsequenzen in Form von hohen Schwankungsbreiten und Kurseinbrüchen erst einmal, ja auf deutsch gesagt, noch anhalten werden. Da bleiben regelmäßige Aktien- bzw. Fondsparpläne meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut für Investoren, Sparer und Anleger und ja, auch eine gute Chance für den Vermögensaufbau langfristig. Denn gerade aufgrund der noch nicht zu durchschauenden staatlichen Eingriffswahrscheinlichkeiten gestaltet sich die ohnehin schon schwierige Auswahl, gerade wer mit Einzelaktien unterwegs ist, eigentlich nicht gerade leicht. Und da ist auch Vorsicht geboten. Wer an dieser Stelle dennoch aktuell auf der Suche nach den richtigen Aktien oder auch Fonds letztendlich passiv aktiv ist und dahingehend wirklich für sich auch, ja, Fragen beantwortet haben möchte, benötigt, der kann sich mit uns natürlich gerne auch für ein Erstgespräch in Verbindung setzen. Und den Link findest du hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. und schreib auch gerne bitte mal, ja, in die Kommentare, welche Aktien beispielsweise, wenn du das Video jetzt gerade schaust, zur Zeit möglicherweise bei dir ins Auge gefasst wird. Und ja, bis dahin wünsche ich alles, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video, euer Klaus Hoppe. und bis zum nächsten Video, euer Klaus Hoppe.